Herzlich Willkommen zur Auflösung des Matt-Rätsels vom 13. Juni 2021. Weiß ist dran und gewinnt dank eines stillen Zuges. Und zwar, er verstärkt hier den Angriff mit Läufer C1. Das ist der Gewinnzug. Jetzt kann Schwarz hier beginnend mit Springer F4 das Ganze hinauszögern. Aber letztendlich muss er sowieso G5 machen. Dann kommt Dame schlicht G5, droht auf G8, Matt. Man kann hier den Turm dazwischen stellen. Jetzt kommt Dame schlicht H5 Schach, König G7 und jetzt Dame H5 Schachmatt. Dagegen kann man nichts machen mit Schwarz. Ich hoffe, ihr habt es gefunden. Ist ein schöner stiller Zug. Also nicht immer Dame opfern, manchmal auch vorbereitende Angriffszüge. Und ich hoffe, ihr macht schön weiter hier auf diesem Kanal, um euer Rechenvermögen zu verbessern. Bis bald!